hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu dead space remake heute geht es um ein kleines puzzel denn auch ein puzzel gibt es in dead space und zwar das com array puzzle und zwar müssen wir die funkanne wieder in ordnung bringen und müssen dafür ja eine menge einzelne plattformen platzieren die wiederum den strom von a nach b leiten um dann bei c anzukommen und die dann das ganze fertig zu haben hier sehen wir direkt die kommunikationssteuerung wir haben auch so ein kleines spinnennetz in der mitte was uns zeigt welche verbindung momentan wie bestehen bevor wir das ganze lösen müssen wir erst einmal den ganzen schrott entfernen damit dann die ankerpunkte frei sind weil wir müssen hier unterschiedliche elektrische leitungen sage ich mal auch wenn das eigentlich aussieht wie aufgemalte weiße zeichen drauf montieren und wenn wir das in der richtigen einfolge machen oder besser gesagt in der richtigen anordnung wie zum beispiel dieses hier da unten rechts in die ecke dann gibt das dafür hat die lösung richtig mehr ist hier nicht zu tun aber bevor irgendjemand darüber stolpert wie man das ganze löst weil ein und nach prozentig eine prozentig easy ist es nicht man kann schon über die ein oder andere stelle stolpern da ich mir gedacht gut machen wir ein kleines video zu wenn ihr über die ein oder andere stelle stolpert passiert euch das jetzt hier mit diesem video nicht mehr und damit lasse ich euch mit dem rest schon alleine die paar mobs die hier drin waren waren nicht viele habe ich natürlich vorweg weg gemacht damit wir uns hier in ruhe darauf konzentrieren können die richtigen plattformen an die richtigen stellen zu moven und wie gesagt das war's hat video geholfen hat es gefallen denkt an den daumen nach oben würde ich mich sehr freuen abonniert den kanal wenn euch geschehen passiert natürlich weiter kein neues video ich danke euch und sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer gulli es hat geklappt versuch ein kanal zu vela zu öffnen es hat geklappt versuch ein kanal zu vela zu öffnen es hat